Heutige Aufnahmesensoren haben native Seitenverhältnisse von 4 zu 3 oder 3 zu 2. Es gibt weder quadratische Sensoren noch Sensoren mit dem 16 zu 9 Seitenverhältnis eines Fernsehers. Du kannst aber für deine Fotos in der Kamera zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen wählen. Diese sind allerdings nur für die JPEG-Aufnahmen relevant. Rohdatenaufnahmen werden immer im nativen Seitenverhältnis des Sensors gespeichert und andere Seitenverhältnisse müssen dann bei der Bildbearbeitung nachträglich erzeugt werden. Je nachdem, wie du dein Bild gestalten möchtest, ist es immer eine gute Idee, Platz an den Rändern zu lassen. Das gibt dir eine kleine Reserve, wenn das Foto zum Beispiel nachträglich exakt waagerecht ausgerichtet oder bestimmte optische Fehler beseitigt werden sollen. Auch gibt dir ein nicht zu enger Beschnitt in der Nachbearbeitung mehr gestalterische Freiheit. Allerdings solltest du vermeiden, zu viel Platz um das Motiv zu lassen, damit du nicht zu viel Bildauflösung für unwichtige Bereiche vergeudest.